Das Projekt habe ich auf eurer Webseite gesehen. Da soll man seinen besten Freund oder seine beste Freundin vorstellen, nicht? Ja, genau. Hat jemand Interesse? Du vielleicht? Ja, die Idee finde ich eigentlich prima. Ich frage mal Isabel. Das ist meine beste Freundin. Sie macht bestimmt mit. Super, Sandra. Hat denn jemand von euch schon mal bei einem Film mitgemacht? Thomas, du machst doch immer Filme. Ja, aber nur mit dem Handy. Toll. Möchtest du dann nicht auch bei unserem Projekt mitmachen? Ja, los, Thomas. Mach doch auch mit. Kannst du nicht deinen Freund Elias vorstellen? Der ist doch so witzig. Ja, gute Idee. Ich frage ihn mal. Er hat bestimmt Lust. Klasse. Vielleicht machen ja noch mehr mit. Sag mal, Luisa. Schneidet ihr eure Filme eigentlich auch selbst? Ja, klar. Und was macht ihr noch so in der Medien AG? Wir bearbeiten Fotos und Filme am Computer. Wir machen Podcasts. Wir machen auch Webseiten. Die Homepage der Medien AG zum Beispiel. Die haben wir selbst gemacht. Wow. Die habt ihr selbst gemacht? Die sieht ja wirklich toll aus. Ja. War viel Arbeit. Aber hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute. Thomas und Sandra sind bei unserem Projekt dabei. Macht noch jemand mit? Hm, ich weiß nicht. Keine Zeit. Niemand? Schade. Überlegt es euch. Es macht bestimmt Spaß. Sandra und Thomas, wir treffen uns dann am Donnerstag um 14.30 Uhr im Raum 310. Also bis Donnerstag. Ja, ist gut. Hey, warte, Luisa. Wo treffen wir uns? Im Raum 210? Nein, Raum 310. Okay, danke. Dann bis Donnerstag. Hallo. Ich bin Sophie und das ist Luisa. Sie ist meine beste Freundin. Warum? Weil sie einfach super ist. Sie ist sehr direkt. Das finde ich total wichtig. Wir kennen uns schon sehr lange. Und ich mag sie, weil ich ihr einfach alles erzählen kann. Wir verstehen uns unheimlich gut und machen viel zusammen. Wir essen zum Beispiel beide total gern Eis und hören oft zusammen Musik. Mit Luisa ist es immer lustig. Nur manchmal bin ich auch sauer, weil sie so viel macht. Schule, Sport, Medien AG. Aber ich mag sie echt total gern. Sie ist so... na eben ganz besonders. Meine beste Freundin. Hallo. Hier ist Sophie. Leider nicht persönlich. Bitte hinterlasst eine Nachricht. Ich rufe zurück. Hi, Sophie. Oh Mist. Schade, dass du nicht da bist. Ich muss dir nämlich was erzählen. Stell dir vor, wir dürfen Koffer packen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Und weißt du was? Wir haben gewonnen. Naja, noch nicht ganz. Aber wir sind im Finale. Also, die Medien AG ist im Finale. Wir sind bei den drei Besten und dürfen nach Salzburg fahren. Ist das nicht toll? Ich war noch nie in Salzburg. Aber ich glaube, dass es dort sehr schön ist. Und hoffentlich gewinnen wir dann auch im Finale in Salzburg. Juhu. Ich freue mich so sehr. Wow. Ruf mich an, okay? Das müssen wir feiern. Tschüss. Sophie, die Medien AG hat im Wettbewerb gewonnen. Meinst du nicht, dass wir das feiern müssen? Doch, natürlich. Und was machen wir? Ich schlage vor, dass wir Pizza bestellen. Grüß Gott. Mein Name ist Josef Wahlberger. Ich bin der Leiter des Jugendhotels. Herzlich willkommen hier in Salzburg. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Ihr bekommt jetzt gleich eure Zimmerschlüssel. Bringt bitte eure Koffer in die Zimmer. Um 16 Uhr gibt es hier im Restaurant Kakao, Tee und Kuchen für euch. Seid so nett und räumt bitte eure Tassen und Täler selbst auf. Abendessen ist zwischen 18 und 19 Uhr. Das Frühstück gibt es morgens zwischen 8 und 10 Uhr. Schließt bitte immer die Türen ab und gebt bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Ach ja, ihr könnt in den Zimmern natürlich Musik hören, aber bitte nicht zu laut. Es gibt ja auch noch andere Gäste, okay? Danke. Habt ihr noch Fragen? Ist alles klar? Dürfen wir gleich noch in die Stadt gehen? Gibt es hier Eis? Kann ich noch duschen? Kann ich ein Fahrrad ausleihen? Halt, stopp, Moment. Seid bitte leise. Ich antworte gleich auf eure Fragen. Zuerst vielen Dank, Herr Wahlberger. So, ich bin Martina Meier und ich begleite euch in Salzburg. Wir treffen uns jetzt um 15 Uhr im Raum 307. Das ist im dritten Stock. Und dort sprechen wir über das Programm. Vorher könnt ihr noch in eure Zimmer gehen. Ihr könnt duschen oder ein Eis essen. Ein Automat steht gleich hier am Eingang. Wir treffen uns um 15 Uhr. Seid bitte pünktlich, ja? Raum 307. Andrea Müller und Sandra Turm? Ja, hier. Zimmer Nummer 41, erster Stock. Danke. Radio Köln Reportage Hallo, liebe Zuhörer. Ja, Köln hat gewählt, nämlich den Lieblingsort der Kölner. Und da bin ich heute, nämlich am Rheinufer. Das Wetter ist toll und hier sind eine Menge Leute. Viele gehen spazieren, Jugendliche fahren Rad, das heißt, sie springen mit dem Rad und machen ganz tolle Sachen. Wahnsinn! Ich frage jetzt mal einige Leute, warum sie hier sind. Zum Beispiel diesen Biker. Hallo, ich heiße Peter Lück und mache Interviews für Radio Köln. Darf ich dich etwas fragen? Ja, klar. Wie heißt du und wie alt bist du? Jonas, ich bin 14. Ist das Rheinufer dein Lieblingsort? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nachmittags oft hier. Eigentlich fast jeden Tag. Hier treffe ich meine Freunde und wir fahren Trial. Aha. Entschuldigung, wie heißt das? Trial. Das sieht ja toll aus. Ja, dann noch viel Spaß. Danke. Ich gehe dann mal weiter. Hier am Spielplatz steht eine junge Frau. Hallo, ich bin Peter Lück von Radio Köln. Sind Sie oft hier am Rheinufer? Ja, wir sind fast täglich hier. Meine Tochter liebt den Spielplatz. Ist das Rheinufer ein Lieblingsort für Sie? Naja, das Rheinufer selbst vielleicht nicht. Aber sehen Sie das Café dort? Dieses Café ist mein Lieblingsort. Ich kann draußen sitzen und eine Tasse Kaffee trinken und dabei sehe ich die ganze Zeit meine Tochter. Das mache ich sehr gern. Okay, dann noch einen schönen Tag. Mal sehen, da drüben auf einer Bank sitzen einige Jugendliche. Peter Lück, hallo. Ich bin von Radio Köln. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Ja. Ist das hier euer Lieblingsort? Hier, das Rheinufer. Ja, genau. Eigentlich ja, oder? Ja, klar. Und was macht ihr hier? Ach, wir treffen uns hier. Wir reden. Zum Beispiel über die Schule. Hören Musik. Und wie findet ihr die Trial-Fahrer dort? Na, einfach super. Ja, das ist toll. Und möchtest du das auch können? Nein, auf keinen Fall. Viel zu gefährlich. Da hast du recht. Na ja, viel Spaß noch zusammen. Danke. Tschüss. 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 Ey, Anna. Was guckst du denn? Ist da irgendwas? Ich glaube, da liegt etwas. Da, bei der Bank. Schau, ein Handy. Hm, ist das von euch? Luisa? Sophie? Nein. Nein. Tim, von dir vielleicht? Nein, mein Handy ist hier. Ich frage mal die Jugendlichen da. Entschuldigung? Gehört dir das Handy? Nee, nein. Euch vielleicht? Nein? Gehört Ihnen das Handy? Nein, aber frag doch mal die Trial-Fahrer. Vielleicht hat es einer von Ihnen verloren. Okay. Ja, das mache ich. Hi, gehört euch das Handy? Hey, hallo. Sag mal. Ist das mein Handy? Wo hast du das denn her? Äh, ich habe es da bei der Bank gefunden. Äh, gehört es dir? Ja, klar. Boah, bin ich froh. Mann, danke dir. Es ist ganz neu. Hab ich zum Geburtstag bekommen. Sag mal, bist du nicht eine Freundin von Fabio? Äh, ja. Haben wir uns nicht bei Fabio und Leon mal gesehen? Ach ja, richtig. Du warst das. Stimmt. Äh. Ja, du. Danke nochmal. Bitte, kein Problem. Also, tschüss. Wie heißt du eigentlich? Anna. Also dann? Anna, warte doch mal. Magst du Eis? Eis? Ja, klar. Äh, sollen wir morgen zusammen Eis essen? Hast du Lust? Echt? Ja, gern. Morgen. Hier, um drei? Ist das okay? Übrigens, ich bin Jonas. Ja, Jonas. Äh, das geht. Dann bis morgen. Tschüss und danke nochmal. Hi, Anna. Hi. Entschuldige, tut mir echt leid, dass ich zu spät bin. Ist schon okay. Wartest du schon lange? Nö, nicht so lange. Zehn Minuten vielleicht. Was war denn los? Ach, ich hatte da noch so ein Problem. Total blöd. Ein Problem? Ja, in der Schule. Mit unserem Bio-Lehrer. Er meint immer, ich brauche noch extra Aufgaben. Echt blöd. Na egal. Komm, wir gehen rein. Die haben hier super Eis und super Schokoladen-Torte. Ja, sieht echt lecker aus. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Können wir bestellen, bitte? Ja, gern. Was möchtest du, Anna? Ich hätte gern drei Kugeln Eis. Vanille, Erdbeere und Stracciatella. Gern. Und du? Ich nehme eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte, bitte. Ein Eis, eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte. Kommt sofort. Du magst gern Schokolade, oder? Ja, total gern. Merkt man das? Ein bisschen. Ey, Jonas Mann, du hier? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir haben dich schon gesucht. Äh, ja. Hallo, Jungs. Das ist übrigens Anna. Und das sind Benjamin und Leon, zwei Freunde. Hi. Hi, hallo. Bist du nicht eine Freundin von meinem Bruder? Fabio und ich gehen in eine Klasse. Wo kommt ihr zwei denn jetzt her? Was habt ihr gemacht? Wir waren shoppen und haben echt coole Sachen gefunden. Willst du mal sehen? Ja, los. Zeig mal. Wo wart ihr denn? Am Neumarkt. Da gibt's ein super Geschäft. Echt cool, was die alles haben. Und gar nicht zu teuer, Leon, oder? Nein, gar nicht. Hier, guck mal, Jonas. Super Hose, oder? Ja, super. Aber sag mal, bei deinen X-Beinen? Wie sieht das denn aus? Hey, spinnst du? Ich hab doch keine X-Beine. Hab ich X-Beine, Benjamin? Na ja, also sagen wir, du hast vielleicht, also ein bisschen. Quatsch. Mensch, Leon, wir machen doch nur Spaß. Was habt ihr denn da noch in der Tüte? Zeigt mal. Hier, ich hab mir ein Sweatshirt gekauft. Cool, oder? Ja, echt cool. Gefällt mir. Aber ist es nicht ein bisschen eng? Wieso denn eng? Das ist doch nur Größe M und du brauchst doch bestimmt XL. Mann, bist du heute witzig. Ey, du nervst. Hör jetzt auf, okay? Schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Das Sweatshirt ist wirklich super. Gefällt mir. Du, Jonas, die haben da echt coole Teile. Und gar nicht teuer. Hier, willst du mal den Prospekt sehen? Ja, zeig mal, ja. Guten Tag, Herr Reiter. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr, äh... Helmer. Jonas, Helmer. Aber sie können gern du zu mir sagen. Aha. Okay. Wie kann ich dir denn helfen, Jonas? Ja, also... Ich bin jetzt in der neunten Klasse Realschule. Und die Schule macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich möchte lieber arbeiten. Und was möchtest du machen? Hast du schon eine Idee? Ich weiß nicht. Es gibt ja so viel. Was sind denn deine Hobbys? Erzähl doch mal. Sport. Fahrradfahren. Trial und so. Und sonst? Was macht dir sonst noch Spaß? Hm. Vielleicht noch Musik hören. Was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Hm. Sport ist super. Aber sonst finde ich die Schule total doof. Hm. Ja. Weißt du, Jonas, ich denke, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du zuerst einmal die Schule zu Ende machst. Nur so kannst du später auch einen guten Beruf lernen. Ja, ja, ich weiß schon. Das sagen meine Eltern auch immer. Aber… Pass auf. Ich habe da eine Idee. Warum machst du nicht einfach ein Praktikum in den Sommerferien? So kannst du verschiedene Berufe kennenlernen. Was meinst du? Hm. Vielleicht. Aber was denn und wo? Wo du willst. In der Bäckerei oder im Friseursalon zum Beispiel. Ach, nö. Lieber nicht. Was gefällt dir denn? Möchtest du in einem Büro arbeiten oder vielleicht in einem Geschäft? Nee, bloß nicht im Büro. Vielleicht bei Sportprofi? Hm. Ah, ich verstehe. In einem Sportgeschäft. Ja, warum nicht? Na, dann schau dir doch mal die Praktikumsplätze im Internet an. Vielleicht findest du ja etwas Interessantes hier in Köln. Ja, gut. Das kann ich ja mal machen. Ähm. Hier. Du kannst zum Beispiel ein Praktikum im Humboldt-Krankenhaus machen. Ich weiß nicht. Oder bei der Meier & Co. Das ist eine Exportfirma. Aha. Oder am Flughafen Köln-Bonn. Wirklich? Cool. Hm, das ist interessant. Na also, dann ruf doch dort am Flughafen mal an und schick eine Bewerbung. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gern eine E-Mail schreiben. Und wohin? Hier ist meine Karte und da steht die E-Mail-Adresse. Also dann, viel Erfolg. Danke, Herr Reiter. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jonas. Alles Gute für dich. Hey, hallo. Wir suchen beste Freunde für einen Film von der Medien-AG. Ah, das Projekt habe ich auf eurer Webseite gesehen. Da soll man seinen besten Freund oder seine beste Freundin vorstellen, nicht? Ja, genau. Hat jemand Interesse? Du vielleicht? Ja. Die Idee finde ich eigentlich prima. Ich frage mal Isabel. Das ist meine beste Freundin. Sie macht bestimmt mit. Super, Sandra. Hat denn jemand von euch schon mal bei einem Film mitgemacht? Thomas, du machst doch immer Filme. Ja, aber nur mit dem Handy. Toll. Möchtest du dann nicht auch bei unserem Projekt mitmachen? Ja, los, Thomas. Mach doch auch mit. Kannst du nicht deinen Freund Elias vorstellen? Der ist doch so witzig. Ja, gute Idee. Ich frage ihn mal. Er hat bestimmt Lust. Klasse. Vielleicht machen ja noch mehr mit. Sag mal, Luisa. Schneidet ihr eure Filme eigentlich auch selbst? Ja, klar. Und was macht ihr noch so in der Medien-AG? Wir bearbeiten Fotos und Filme am Computer. Wir machen Podcasts. Wir machen auch Webseiten. Die Homepage der Medien-AG zum Beispiel. Die haben wir selbst gemacht. Wow, die habt ihr selbst gemacht? Die sieht ja wirklich toll aus. Ja, war viel Arbeit. Aber hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute. Thomas und Sandra sind bei unserem Projekt dabei. Macht noch jemand mit? Hm, ich weiß nicht. Keine Zeit. Niemand? Schade. Überlegt es euch. Es macht bestimmt Spaß. Sandra und Thomas, wir treffen uns dann am Donnerstag um 14.30 Uhr im Raum 310. Also bis Donnerstag. Ja, ist gut. Hey, warte, Luisa. Wo treffen wir uns? Im Raum 210? Nein, Raum 310. Okay, danke. Dann bis Donnerstag. Hallo, ich bin Sophie und das ist Luisa. Sie ist meine beste Freundin. Warum? Weil sie einfach super ist. Sie ist sehr direkt. Das finde ich total wichtig. Wir kennen uns schon sehr lange. Und ich mag sie, weil ich ihr einfach alles erzählen kann. Wir verstehen uns unheimlich gut und machen viel zusammen. Wir essen zum Beispiel beide total gern Eis und hören oft zusammen Musik. Mit Luisa ist es immer lustig. Nur manchmal bin ich auch sauer, weil sie so viel macht. Schule, Sport, Medien AG. Aber ich mag sie echt total gern. Sie ist so naiven ganz besonders. Meine beste Freundin. Hallo, hier ist Sophie. Leider nicht persönlich. Bitte hinterlasst eine Nachricht. Ich rufe zurück. Hi, Sophie. Oh Mist. Schade, dass du nicht da bist. Ich muss dir nämlich was erzählen. Stell dir vor, wir dürfen Koffer packen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Und weißt du was? Wir haben gewonnen. Naja, noch nicht ganz. Aber wir sind im Finale. Also, die Medien AG ist im Finale. Wir sind bei den drei Besten und dürfen nach Salzburg fahren. Ist das nicht toll? Ich war noch nie in Salzburg. Aber ich glaube, dass es dort sehr schön ist. Und hoffentlich gewinnen wir dann auch im Finale in Salzburg. Juhu. Ich freue mich so sehr. Ruf mich an, okay? Das müssen wir feiern. Tschüss. Sophie, die Medien AG hat im Wettbewerb gewonnen. Meinst du nicht, dass wir das feiern müssen? Doch, natürlich. Und was machen wir? Ich schlage vor, dass wir Pizza bestellen. Grüß Gott. Mein Name ist Josef Wahlberger. Ich bin der Leiter des Jugendhotels. Herzlich willkommen hier in Salzburg. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Ihr bekommt jetzt gleich eure Zimmerschlüssel. Bringt bitte eure Koffer in die Zimmer. Um 16 Uhr gibt es hier im Restaurant Kakao, Tee und Kuchen für euch. Seid so nett und räumt bitte eure Tassen und Täler selbst auf. Abendessen ist zwischen 18 und 19 Uhr. Das Frühstück gibt es morgens zwischen 8 und 10 Uhr. Schließt bitte immer die Türen ab und gebt bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Ach ja, ihr könnt in den Zimmern natürlich Musik hören, aber bitte nicht zu laut. Es gibt ja auch noch andere Gäste. Okay? Danke. Habt ihr noch Fragen? Ist alles klar? Dürfen wir gleich noch in die Stadt gehen? Gibt es hier Eis? Kann ich noch duschen? Kann ich ein Fahrrad ausleihen? Halt! Stopp! Moment! Seid bitte leise. Ich antworte gleich auf eure Fragen. Zuerst vielen Dank, Herr Wallberger. So, ich bin Martina Meier und ich begleite euch in Salzburg. Wir treffen uns jetzt um 15 Uhr im Raum 307. Das ist im dritten Stock. Und dort sprechen wir über das Programm. Vorher könnt ihr noch in eure Zimmer gehen. Ihr könnt duschen oder ein Eis essen. Ein Automat steht gleich hier am Eingang. Wir treffen uns um 15 Uhr. Seid bitte pünktlich, ja? Raum 307. Andrea Müller und Sandra Turm? Ja, hier. Hier. Zimmer Nummer 41, erster Stock. Danke. Radio Köln Reportage Hallo, liebe Zuhörer. Ja, Köln hat gewählt, nämlich den Lieblingsort der Kölner. Und da bin ich heute, nämlich am Rheinufer. Das Wetter ist toll und hier sind eine Menge Leute. Viele gehen spazieren, Jugendliche fahren Rad, das heißt, sie springen mit dem Rad und machen ganz tolle Sachen. Wahnsinn! Ich frage jetzt mal einige Leute, warum sie hier sind. Zum Beispiel diesen Biker. Hallo, ich heiße Peter Lück und mache Interviews für Radio Köln. Darf ich dich etwas fragen? Ja, klar. Wie heißt du und wie alt bist du? Jonas. Ich bin 14. Ist das Rheinufer dein Lieblingsort? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nachmittags oft hier. Eigentlich fast jeden Tag. Hier treffe ich meine Freunde und wir fahren Trial. Aha. Entschuldigung, wie heißt das? Trial. Das sieht ja toll aus. Das sieht ja toll aus. Ja, dann noch viel Spaß. Danke. Ich gehe dann mal weiter. Hier am Spielplatz steht eine junge Frau. Hallo, ich bin Peter Lück von Radio Köln. Sind Sie oft hier am Rheinufer? Ja, wir sind fast täglich hier. Meine Tochter liebt den Spielplatz. Ist das Rheinufer ein Lieblingsort für Sie? Na ja, das Rheinufer selbst vielleicht nicht. Aber sehen Sie das Café dort? Dieses Café ist mein Lieblingsort. Ich kann draußen sitzen und eine Tasse Kaffee trinken. Und dabei sehe ich die ganze Zeit meine Tochter. Das mache ich sehr gern. Okay, dann noch einen schönen Tag. Mal sehen, da drüben auf einer Bank sitzen einige Jugendliche. Peter Lück, hallo. Ich bin von Radio Köln. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Ja. Ist das hier euer Lieblingsort? Hier, das Rheinufer. Ja, genau. Eigentlich ja, oder? Ja, klar. Ja, klar. Und was macht ihr hier? Ach, wir treffen uns hier. Wir reden. Zum Beispiel über die Schule. Hören Musik. Und wie findet ihr die Trial-Fahrer dort? Na, einfach super. Ja, das ist toll. Und möchtest du das auch können? Nein, auf keinen Fall. Viel zu gefährlich. Da hast du recht. Na ja, viel Spaß noch zusammen. Danke. Tschüss. 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 Ey, Anna. Was guckst du denn? Ist da irgendwas? Ich glaube, da liegt etwas. Da, bei der Bank. Schau, ein Handy. Hm, ist das von euch? Luisa? Sophie? Nein. Nein. Tim, von dir vielleicht? Nein, mein Handy ist hier. Ich frage mal die Jugendlichen da. Entschuldigung? Gehört dir das Handy? Nee, nein. Euch vielleicht? Nein? Gehört Ihnen das Handy? Nein, aber frag doch mal die Trial-Fahrer. Vielleicht hat es einer von Ihnen verloren. Okay, ja, das mache ich. Hi. Gehört euch das Handy? Hey, hallo. Sag mal. Ist das mein Handy? Wo hast du das denn her? Äh, ich habe es da bei der Bank gefunden. Äh, gehört es dir? Ja, klar. Boah, bin ich froh. Mann, danke dir. Es ist ganz neu. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Sag mal, bist du nicht eine Freundin von Fabio? Äh, ja. Haben wir uns nicht bei Fabio und Leon mal gesehen? Ach ja, richtig. Du warst das. Stimmt. Äh. Ja, du. Danke nochmal. Bitte, kein Problem. Also, tschüss. Wie heißt du eigentlich? Anna. Also dann? Anna? Warte doch mal. Magst du Eis? Eis? Ja, klar. Äh, sollen wir morgen zusammen Eis essen? Hast du Lust? Echt? Ja, gern. Morgen? Hier, um drei? Ist das okay? Übrigens, ich bin Jonas. Ja, Jonas. Äh, das geht. Dann bis morgen. Tschüss und danke nochmal. Hi, Anna. Hi. Entschuldige, tut mir echt leid, dass ich zu spät bin. Ist schon okay. Wartest du schon lange? Nö, nicht so lange. Zehn Minuten vielleicht. Was war denn los? Ach, ich hatte da noch so ein Problem. Total blöd. Ein Problem? Ja, in der Schule. Mit unserem Bio-Lehrer. Er meint immer, ich brauche noch extra Aufgaben. Echt blöd. Na egal. Komm, wir gehen rein. Die haben hier super Eis und super Schokoladen-Torte. Ja, sieht echt lecker aus. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Können wir bestellen, bitte? Ja, gern. Was möchtest du, Anna? Ich hätte gern drei Kugeln Eis. Vanille, Erdbeere und Stracciatella. Gern. Und du? Ich nehme eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte, bitte. Ein Eis, eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte. Kommt sofort. Du magst gern Schokolade, oder? Ja, total gern. Merkt man das? Ein bisschen. Ey, Jonas, Mann. Du hier? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir haben dich schon gesucht. Äh, ja. Hallo, Jungs. Das ist übrigens Anna. Und das sind Benjamin und Leon, zwei Freunde. Hi. Hi, hallo. Bist du nicht eine Freundin von meinem Bruder? Fabio und ich gehen in eine Klasse. Wo kommt ihr zwei denn jetzt her? Was habt ihr gemacht? Wir waren shoppen und haben echt coole Sachen gefunden. Willst du mal sehen? Ja, los. Sag mal. Wo wart ihr denn? Am Neumarkt. Da gibt's ein super Geschäft. Echt cool, was die alles haben. Und gar nicht zu teuer, Leon, oder? Nein, gar nicht. Hier, guck mal, Jonas. Super Hose, oder? Ja, super. Aber sag mal, bei deinen X-Beinen, wie sieht das denn aus? Hey, spinnst du? Ich hab doch keine X-Beine. Hab ich X-Beine, Benjamin? Na ja, also sagen wir, du hast vielleicht... Also ein bisschen... Quatsch. Mensch, Leon, wir machen doch nur Spaß. Was habt ihr denn da noch in der Tüte? Zeigt mal. Hier. Ich hab mir ein Sweatshirt gekauft. Cool, oder? Ja, echt cool. Gefällt mir. Aber ist es nicht ein bisschen eng? Wieso denn eng? Das ist doch nur Größe M und du brauchst doch bestimmt XL. Mann, bist du heute witzig. Ey, du nervst. Hör jetzt auf, okay? Schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Das Sweatshirt ist wirklich super. Gefällt mir. Du, Jonas, die haben da echt coole Teile. Und gar nicht teuer. Hier, willst du mal den Prospekt sehen? Ja, zeig mal, ja. Guten Tag, Herr Reiter. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr, äh... Helmer. Jonas, Helmer. Aber Sie können gern du zu mir sagen. Aha. Okay. Wie kann ich dir denn helfen, Jonas? Ja, also... Ich bin jetzt in der neunten Klasse Realschule. Und die Schule macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich möchte lieber arbeiten. Und was möchtest du machen? Hast du schon eine Idee? Ich weiß nicht. Es gibt ja so viel. Was sind denn deine Hobbys? Erzähl doch mal. Sport, Fahrrad fahren, Trial und so. Und sonst? Was macht dir sonst noch Spaß? Hm, vielleicht noch Musik hören. Was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Hm, Sport ist super. Aber sonst finde ich die Schule total doof. Ja, weißt du, Jonas, ich denke, das ist sehr wichtig, dass du zuerst einmal die Schule zu Ende machst. Nur so kannst du später auch einen guten Beruf lernen. Ja, ja, ich weiß schon. Das sagen meine Eltern auch immer. Aber... Pass auf, ich habe da eine Idee. Warum machst du nicht einfach ein Praktikum in den Sommerferien? So kannst du verschiedene Berufe kennenlernen. Was meinst du? Hm, vielleicht. Aber was denn und wo? Wo du willst. In der Bäckerei oder im Friseursalon zum Beispiel. Ach, nö, lieber nicht. Was gefällt dir denn? Möchtest du in einem Büro arbeiten oder vielleicht in einem Geschäft? Nee, bloß nicht im Büro. Vielleicht bei Sportprofi? Hm. Ah, ich verstehe. In einem Sportgeschäft. Ja, warum nicht? Na, dann schau dir doch mal die Praktikumsplätze im Internet an. Vielleicht findest du ja etwas Interessantes hier in Köln. Ja gut, das kann ich ja mal machen. Ähm, hier. Du kannst zum Beispiel ein Praktikum im Humboldt-Krankenhaus machen. Ich weiß nicht. Oder bei der Meier & Co. Das ist eine Exportfirma. Aha. Oder am Flughafen Köln-Bonn. Wirklich? Cool. Hm, das ist interessant. Na also, dann ruf doch dort am Flughafen mal an und schick eine Bewerbung. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gern eine E-Mail schreiben. Und wohin? Hier ist meine Karte und da steht die E-Mail-Adresse. Also dann, viel Erfolg. Danke, Herr Reiter. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jonas. Alles Gute für dich. Hey, hallo. Wir suchen beste Freunde für einen Film von der Medien-AG. Ah, das Projekt habe ich auf eurer Webseite gesehen. Da soll man seinen besten Freund oder seine beste Freundin vorstellen, nicht? Ja, genau. Hat jemand Interesse? Du vielleicht? Ja. Die Idee finde ich eigentlich prima. Ich frage mal Isabel. Das ist meine beste Freundin. Sie macht bestimmt mit. Super, Sandra. Hat denn jemand von euch schon mal bei einem Film mitgemacht? Thomas, du machst doch immer Filme. Ja, aber nur mit dem Handy. Toll. Möchtest du dann nicht auch bei unserem Projekt mitmachen? Ja, los, Thomas. Mach doch auch mit. Kannst du nicht deinen Freund Elias vorstellen? Der ist doch so witzig. Ja, gute Idee. Ich frage ihn mal. Er hat bestimmt Lust. Klasse. Vielleicht machen ja noch mehr mit. Sag mal, Luisa. Schneidet ihr eure Filme eigentlich auch selbst? Ja, klar. Und was macht ihr noch so in der Medien AG? Wir bearbeiten Fotos und Filme am Computer. Wir machen Podcasts. Wir machen auch Webseiten. Die Homepage der Medien AG zum Beispiel, die haben wir selbst gemacht. Wow, die habt ihr selbst gemacht? Die sieht ja wirklich toll aus. Ja, war viel Arbeit, aber hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute, Thomas und Sandra sind bei unserem Projekt dabei. Macht noch jemand mit? Hm, ich weiß nicht. Keine Zeit. Niemand? Schade. Überlegt es euch. Es macht bestimmt Spaß. Sandra und Thomas, wir treffen uns dann am Donnerstag um 14.30 Uhr im Raum 310. Also bis Donnerstag. Ja, ist gut. Hey, warte, Luisa. Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Im Raum 210? Nein, Raum 310. Okay, danke. Dann bis Donnerstag. Hallo, ich bin Sophie und das ist Luisa. Sie ist meine beste Freundin. Warum? Weil sie einfach super ist. Sie ist sehr direkt. Das finde ich total wichtig. Wir kennen uns schon sehr lange. Und ich mag sie, weil ich ihr einfach alles erzählen kann. Wir verstehen uns unheimlich gut und machen viel zusammen. Wir essen zum Beispiel beide total gern Eis und hören oft zusammen Musik. Mit Luisa ist es immer lustig. Nur manchmal bin ich auch sauer, weil sie so viel macht. Schule, Sport, Medien AG. Aber ich mag sie echt total gern. Sie ist so na eben ganz besonders. Meine beste Freundin. Hallo, hier ist Sophie. Leider nicht persönlich. Bitte hinterlasst eine Nachricht. Ich rufe zurück. Hi, Sophie. Oh Mist. Schade, dass du nicht da bist. Ich muss dir nämlich was erzählen. Stell dir vor, wir dürfen Koffer packen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Und weißt du was? Wir haben gewonnen. Naja, noch nicht ganz. Aber wir sind im Finale. Also, die Medien AG ist im Finale. Wir sind bei den drei Besten und dürfen nach Salzburg fahren. Ist das nicht toll? Ich war noch nie in Salzburg. Aber ich glaube, dass es dort sehr schön ist. Und hoffentlich gewinnen wir dann auch im Finale in Salzburg. Juhu. Ich freue mich so sehr. Ruf mich an, okay? Das müssen wir feiern. Tschüss. Sophie, die Medien AG hat im Wettbewerb gewonnen. Meinst du nicht, dass wir das feiern müssen? Doch. Natürlich. Und was machen wir? Ich schlage vor, dass wir Pizza bestellen. Grüß Gott. Mein Name ist Josef Wahlberger. Ich bin der Leiter des Jugendhotels. Herzlich willkommen hier in Salzburg. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Ihr bekommt jetzt gleich eure Zimmerschlüssel. Bringt bitte eure Koffer in die Zimmer. Um 16 Uhr gibt es hier im Restaurant Kakao, Tee und Kuchen für euch. Seid so nett und räumt bitte eure Tassen und Täler selbst auf. Abendessen ist zwischen 18 und 19 Uhr. Das Frühstück gibt es morgens zwischen 8 und 10 Uhr. Schließt bitte immer die Türen ab und gebt bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Ach ja, ihr könnt in den Zimmern natürlich Musik hören, aber bitte nicht zu laut. Es gibt ja auch noch andere Gäste. Okay? Danke. Habt ihr noch Fragen? Ist alles klar? Dürfen wir gleich noch in die Stadt gehen? Gibt es hier Eis? Kann ich noch duschen? Kann ich ein Fahrrad ausleihen? Halt, stopp, Moment. Seid bitte leise. Ich antworte gleich auf eure Fragen. Zuerst vielen Dank, Herr Wahlberger. So, ich bin Martina Meier und ich begleite euch in Salzburg. Wir treffen uns jetzt um 15 Uhr im Raum 307. Das ist im dritten Stock. Und dort sprechen wir über das Programm. Vorher könnt ihr noch in eure Zimmer gehen. Ihr könnt duschen oder ein Eis essen. Ein Automat steht gleich hier am Eingang. Wir treffen uns um 15 Uhr. Seid bitte pünktlich, ja? Raum 307. Andrea Müller und Sandra Turm? Ja, hier. Hier. Zimmer Nummer 41, erster Stock. Danke. Radio Köln Reportage Hallo, liebe Zuhörer. Ja, Köln hat gewählt, nämlich den Lieblingsort der Kölner. Und da bin ich heute, nämlich am Rheinufer. Das Wetter ist toll und hier sind eine Menge Leute. Viele gehen spazieren, Jugendliche fahren Rad, das heißt, sie springen mit dem Rad und machen ganz tolle Sachen. Wahnsinn. Ich frage jetzt mal einige Leute, warum sie hier sind. Zum Beispiel diesen Biker. Hallo, ich heiße Peter Lück und mache Interviews für Radio Köln. Darf ich dich etwas fragen? Ja, klar. Wie heißt du und wie alt bist du? Jonas, ich bin 14. Ist das Rheinufer dein Lieblingsort? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nachmittags oft hier. Eigentlich fast jeden Tag. Hier treffe ich meine Freunde und wir fahren Trial. Aha. Entschuldigung, wie heißt das? Trial. Das sieht ja toll aus. Ja, dann noch viel Spaß. Danke. Ich gehe dann mal weiter. Hier am Spielplatz steht eine junge Frau. Hallo, ich bin Peter Lück von Radio Köln. Sind Sie oft hier am Rheinufer? Ja, wir sind fast täglich hier. Meine Tochter liebt den Spielplatz. Ist das Rheinufer ein Lieblingsort für Sie? Na ja, das Rheinufer selbst vielleicht nicht. Aber sehen Sie das Café dort? Dieses Café ist mein Lieblingsort. Ich kann draußen sitzen und eine Tasse Kaffee trinken. Und dabei sehe ich die ganze Zeit meine Tochter. Das mache ich sehr gern. Okay, dann noch einen schönen Tag. Mal sehen, da drüben auf einer Bank sitzen einige Jugendliche. Peter Lück, hallo. Ich bin von Radio Köln. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Ja. Ist das hier euer Lieblingsort? Hier, das Rheinufer. Ja, genau. Eigentlich ja, oder? Ja, klar. Ja, klar. Und was macht ihr hier? Ach, wir treffen uns hier. Wir reden, zum Beispiel über die Schule, hören Musik. Und wie findet ihr die Trial-Fahrer dort? Na, einfach super. Ja, das ist toll. Und möchtest du das auch können? Nein, auf keinen Fall. Viel zu gefährlich. Da hast du recht. Na ja, viel Spaß noch zusammen. Danke. Tschüss. 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 Ey, Anna, was guckst du denn? Ist da irgendwas? Ich glaube, da liegt etwas. Da, bei der Bank. Schau, ein Handy. Hm, ist das von euch? Luisa? Sophie? Nein. Nein. Tim, von dir vielleicht? Nein, mein Handy ist hier. Ich frage mal die Jugendlichen da. Entschuldigung? Gehört dir das Handy? Nee, nein. Euch vielleicht? Nein? Gehört Ihnen das Handy? Nein, aber frag doch mal die Trial-Fahrer. Vielleicht hat es einer von Ihnen verloren. Okay. Ja, das mache ich. Hi. Gehört euch das Handy? Ey, hallo. Sag mal. Ist das mein Handy? Wo hast du das denn her? Äh, ich habe es da bei der Bank gefunden. Äh, gehört es dir? Ja, klar. Boah, bin ich froh. Mann, danke dir. Es ist ganz neu. Hab ich zum Geburtstag bekommen. Sag mal, bist du nicht eine Freundin von Fabio? Äh, ja. Haben wir uns nicht bei Fabio und Leon mal gesehen? Ach ja, richtig. Du warst das. Stimmt. Äh. Ja, du. Danke nochmal. Bitte, kein Problem. Also, tschüss. Wie heißt du eigentlich? Anna. Also dann? Anna, warte doch mal. Magst du Eis? Eis? Ja, klar. Äh, sollen wir morgen zusammen Eis essen? Hast du Lust? Echt? Ja, gern. Morgen? Hier, um drei? Ist das okay? Übrigens, ich bin Jonas. Ja, Jonas. Äh, das geht. Dann bis morgen. Tschüss und danke nochmal. Hi, Anna. Hi. Entschuldige, tut mir echt leid, dass ich zu spät bin. Ist schon okay. Wartest du schon lange? Nö, nicht so lange. Zehn Minuten vielleicht. Was war denn los? Ach, ich hatte da noch so ein Problem. Total blöd. Ein Problem? Ja, in der Schule. Mit unserem Bio-Lehrer. Er meint immer, ich brauche noch extra Aufgaben. Echt blöd. Na egal. Komm, wir gehen rein. Die haben hier super Eis und super Schokoladen-Torte. Ja, sieht echt lecker aus. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Können wir bestellen, bitte? Ja, gern. Was möchtest du, Anna? Ich hätte gern drei Kugeln Eis. Vanille, Erdbeere und Stracciatella. Gern. Und du? Ich nehme eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte, bitte. Ein Eis, eine Eisschokolade und ein Stück Schokoladen-Torte. Kommt sofort. Du magst gern Schokolade, oder? Ja, total gern. Merkt man das? Ein bisschen. Ey, Jonas, Mann. Du hier? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir haben dich schon gesucht. Äh, ja. Hallo, Jungs. Das ist übrigens Anna. Und das sind Benjamin und Leon, zwei Freunde. Hi. Hi, hallo. Bist du nicht eine Freundin von meinem Bruder? Fabio und ich gehen in eine Klasse. Wo kommt ihr zwei denn jetzt her? Was habt ihr gemacht? Wir waren shoppen und haben echt coole Sachen gefunden. Willst du mal sehen? Ja, los. Zeig mal. Wo wart ihr denn? Am Neumarkt. Da gibt's ein super Geschäft. Echt cool, was die alles haben. Und gar nicht zu teuer, Leon, oder? Nein, gar nicht. Hier, guck mal, Jonas. Super Hose, oder? Ja, super. Aber sag mal, bei deinen X-Beinen? Wie sieht das denn aus? Hey, spinnst du? Ich hab doch keine X-Beine. Hab ich X-Beine, Benjamin? Naja, also sagen wir, du hast vielleicht... Also ein bisschen... Quatsch. Mensch, Leon, wir machen doch nur Spaß. Was habt ihr denn da noch in der Tüte? Zeigt mal. Hier, ich hab mir ein Sweatshirt gekauft. Cool, oder? Ja, echt cool. Gefällt mir. Aber ist es nicht ein bisschen eng? Wieso denn eng? Das ist doch nur Größe M und du brauchst doch bestimmt XL. Mann, bist du heute witzig. Ey, du nervst. Hör jetzt auf, okay? Schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Das Sweatshirt ist wirklich super. Gefällt mir. Du, Jonas, die haben da echt coole Teile. Und gar nicht teuer. Hier, willst du mal den Prospekt sehen? Ja, zeig mal, ja. Guten Tag, Herr Reiter. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr... Äh... Helmer. Jonas, Helmer. Aber sie können gern du zu mir sagen. Aha. Okay. Wie kann ich dir denn helfen, Jonas? Ja, also... Ich bin jetzt in der neunten Klasse Realschule. Und die Schule macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich möchte lieber arbeiten. Und was möchtest du machen? Hast du schon eine Idee? Ich weiß nicht. Es gibt ja so viel. Was sind denn deine Hobbys? Erzähl doch mal. Sport. Fahrradfahren. Trial und so. Und sonst? Was macht dir sonst noch Spaß? Hm... Vielleicht noch Musik hören. Was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Hm... Sport ist super. Aber sonst finde ich die Schule total doof. Hm... Ja... Weißt du, Jonas, ich denke, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du zuerst einmal die Schule zu Ende machst. Nur so kannst du später auch einen guten Beruf lernen. Ja, ja, ich weiß schon. Das sagen meine Eltern auch immer. Aber... Pass auf. Ich habe da eine Idee. Warum machst du nicht einfach ein Praktikum in den Sommerferien? So kannst du verschiedene Berufe kennenlernen. Was meinst du? Hm... Vielleicht. Aber was denn und wo? Wo du willst. In der Bäckerei oder im Friseursalon zum Beispiel. Ach, nö. Lieber nicht. Was gefällt dir denn? Möchtest du in einem Büro arbeiten oder vielleicht in einem Geschäft? Nee, bloß nicht im Büro. Vielleicht bei Sportprofi? Hm... Ah, ich verstehe. In einem Sportgeschäft. Ja, warum nicht? Na, dann schau dir doch mal die Praktikumsplätze im Internet an. Vielleicht findest du ja etwas Interessantes hier in Köln. Ja gut. Das kann ich ja mal machen. Ähm... Hier. Du kannst zum Beispiel ein Praktikum im Humboldt-Krankenhaus machen. Ich weiß nicht. Oder bei der Meier & Co. Das ist eine Exportfirma. Aha. Oder am Flughafen Köln-Bonn. Wirklich? Cool. Hm, das ist interessant. Na also. Dann ruf doch dort am Flughafen mal an und schick eine Bewerbung. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gern eine E-Mail schreiben. Und wohin? Hier ist meine Karte und da steht die E-Mail-Adresse. Also dann viel Erfolg. Danke, Herr Reiter. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jonas. Alles Gute für dich.